Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound! Blötschön! Ja! Und jetzt, Dave, Dave, geh mal raus! Geh mal raus! Moment. Also aus der Tür raus! Ja, ja, heute. Mach mal! Ja, warte ab. Junge! Jetzt mach doch mal! Oh, Mensch, schön! Dave? Oh! Mach doch einfach mal! Geh nur mal kurz raus! Ja, dann. Junge! Mach hinne! Das sind alles Minusen, die vom Part abgehen, ne? Äh, ja, ich probiere. Jetzt guck es dir. Hui! In der Luft. So, mach mal die. Die können wir auch mitnehmen. Für den Keller wirkt das gut. Da, der Amboss. Zack. So, ich komm jetzt. Wieder. Toll, jetzt sind schon wieder die mit den komischen drei Köpfen da. Junge, leck mich! Junge, die hauen immer noch mit dem Schaden so extrem rein. Ach. Na so, na bitte. Eins kommen aus dem. Oh. Den Clown des Bösen. Da bin ich wieder! So, ich mach die Drohnen bei mir dann doch lieber weg. So, und dann machen wir da. Nehmen wir noch das und das. Und, wo ist er? Da hast du. Ja, was willst du jetzt mit meinem G-Malepi hier? Ey! Junge, äh, nice! Hier unten ist, äh, hier unten ist, äh, die ganze Handwerk ist gearbeitet, also wo Papi Handwerk macht. Mal hier unten. Ja, ja, ey, kann sich da, ooooh, das Scheißbetzel sich mal umdrehen. Ich will auch gerne leben. Tja, müssen wir ein paar Sachen plündern. Junge, das Scheißbetzel sich umdrehen. Sollte zwar nicht im Haus schon bleiben, aber ja, ja, ja. Junge, wann dreht sich dieser Scheiß endlich. Mein Gott. Junge, bewegt dich mal ein bisschen. Hä? Du musst mit dem Bett in der Hand rumlaufen, ja, man dreht sich das. Ach ja, ich surfe mal ein bisschen auf YouTube, seh nach, was wir, was unsere Abos und so weiter machen. So, und dann habe ich noch eine Idee, und zwar... Hm, ich brauche erstmal wieder ein paar Muppe, nice. So. So ist gut. Sauber. Oh. Mention. Oh. Das war's für heute. Will ich doch gar nicht. Ja. Das ist gut. So. Junge, das ist für ein Arsch. Junge, Sonne, das geht nicht zur Küche. Ernsthaft in die Küche, Sonne, geht. Pokémon, ich bin eingeschlossen. Na, so, zu meinem Zimmer passt es, also. Na, zu deinem, aber nicht zu der Küche, ja. Also mach ich es wieder, hey. Hey. Lass es mich weg. Lass es einfach. So, ich hatte da doch noch irgendetwas. Ah, das hier. So, nice. Wir gucken ja nicht theoretisch auch noch, ey, was hab ich denn jetzt gemacht? Ach so. Kann halt nicht theoretisch auch noch mal was hier liegen. Lass mich mal machen. Lass das mal dem Papa machen. Tja. Ich kümmere mich um, ey, ich kümmere mich um die Deko. Jawohl, da hinten können wir uns Sachen spinnen. Ja. Lass das mal dem Papa machen. Junge, jetzt kommt der Mann mit dem Papa. Tja. Stromberg, mein Freund. Tja. Hm, jetzt noch ein bisschen Koppauer. Ui. So. Und jetzt. Zack, 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 zack. So, dann, wo haben wir denn die ganze Erde? Da haben wir einen tausender, tausender Block Erde. Hm. Ne, das sieht irgendwie nicht ganz so nice aus. Machen wir mal so. Weg damit. Und jetzt hier noch ein Block. So, jetzt. Schön, so. So, jetzt kommt hier auch an der Tür rein, was immer mir hinkommt. Ne. Ne. Nice, so. 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 Alter, dass das schon voll ein geiles Haus ist hier. Jaja. Nee. Junge. Was? Warte mal, den Ohrbaum kommt von dem Weg. Warte mal, den Ohrbaum kommt von dem Weg. So. So. Oh, man kann tausend haben. Dann kommt der nächste Block. Jaja, tausender sind das. Hm. Okay, ich zieh dir mal los und guck nach, was ich so finde. Oh, vielleicht erst mal gut, wenn ich mein bisschen Leben heile. Ich baue hier noch weiter, ne? Jaja, ich muss sowieso erst mal ein bisschen pennen. So, hier bekomme ich auch gleich noch ein bisschen Cobblestone. So. So. So, ich bin da, oder? Und die los geht es. So, ich bin halt auf. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Zack, 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 zack. Und die sind auch noch ein bisschen Cobblestone und oben, was der Philipp? Jo. Einmaßig gestellt. Ja. Einmaßig gestellt. Ja, ja. Der müsste aber gleich klingeln. Oh, jetzt hat das gerade. Oh ne, da haben wir wieder so drei Köpfe Komm, die zeige ich jetzt Tja, 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 weg mit dir Ja Was? Naja, sozusagen ja Hier schläft jemand im Bett Ein Mensch Und der Mensch wurde von diesem dreikämpfigen Fuzzi abgetötet Jawohl, ich hab den zudem rausgelockt Sauber, und hier haben wir Stroh, etc Tja, da fliegste Wow, Jogi Äh Doll, ich bin tot Weil er so komisch geflogen ist Toll Wenn dich auch Hey Lass das mal den Papa machen Der Papa macht dann gut So, mal den Papa machen Ja, lass es den doch mal machen Hey 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 Uch So Hey Lass es, lass es Och da, ja Ja So, und jetzt Mega-Job, Mega-Job, Mega-Job Mega-Job Uuuhuuhu Uuuuhuuhu, Scheiße Uuuhuuhu Uuuuhuuhu Uuuuhuuhu Lass die Tja, lass es mal dem Papa machen. Tja, der Papa, der macht das gut, tja. Junge, jetzt hocken da zwei von diesen drei Köpfigen. Komm her. Komm her, jetzt kommt der Papa. Tja, das war der Papa, das kannst du spüren, ja. Und ich bin wieder tot. Wir brauchen dringend eine Rüstung und neue Waffen. Ich nicht. Ja, ist klar, du nicht. Ja, denn du hast die Superrüstung. Genau, hab ich euch ja ganz vergessen zu sagen, Dave hat die Superrüstung in dem Spiel. Hat er, ja. Und da ist der Timer. Also würde ich mich für diese Folge auch verabschieden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Starbound. Tschüss.